Guten Morgen, Deutschland! Die Sonne geht auf, aber heute leider nicht in Wolfsburg im Porsche-Showroom. Da ist das Licht ausgegangen und die Heizung wurde ausgeschaltet und ein Schlüssel, um auf die Toilette zu kommen, das gab es auch nicht. Wovon redet ihr hier heute Morgen? Ja, von dem neuesten Schrei der Klimabefreiungsorganisationen und NGOs, Scientists' Rebellion, liebe Leute. Es gibt eine neue Gruppierung von Wissenschaftlern, die sich für den Klimawandel einsetzen, damit der schnell beendet wird. Ist doch klar, weil wir wissen ja, letzte Generation hat es ja schon gesagt, in drei Jahren sind wir ja alle nicht mehr da. Dementsprechend, was ist passiert? Nun, hier sind die Bilder aus dem Showroom von Porsche. Ja, was haben wir da jetzt gesehen? Also, wir haben da Sachbeschädigung gesehen und glaube ich, einen Hausfriedensbruch haben wir jetzt auch gesehen. Also, neun Wissenschaftler von Scientists' Rebellion befinden sich derzeit im Showroom oder möglicherweise jetzt noch im Showroom von Porsche in Wolfsburg. Und kleben sich da fest. Ja, weil sie wollen ja für den Klimawandel, äh, gegen den Klimawandel, äh, was auch immer, protestieren. Und, äh, was hat VW als Reaktion gemacht? Also, VW, das ist ja schlecht, das ist ja menschenfeindlich, was ihr da macht. Ja, also wirklich, ja. Ja, ihr schaltet das Licht aus der Heizung aus und gebt den Jungs nicht mal einen Schlüssel zum Urinieren. Puh, puh, ja, ja. Die nächste Frage ist eigentlich nur noch, wann rückt da eigentlich mal die Polizei an und, äh, schafft diese Heinis wieder aus dem Showroom raus? Weil, nochmal, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch? Wolfsburg? Wie sieht's denn aus da in Wolfsburg? Äh, muss man sich ja mal fragen, ja. Aber die Solidarität im Netz, ja, mit diesen neun famosen Wissenschaftlern, ja, die ist natürlich riesig. Könnt ihr euch ja vorstellen, ja, die Aufregung ist groß und man echauffiert sich über VW. Und für die Ziele der Wissenschaftler ein neun-Euro-Ticket und ein Tempo 100 auf der Autobahn. Leute, kann doch besser werden. Ich wünsche euch einen schönen Tag und viel Spaß noch im Showroom bei Porsche.